Jetzt wird aber geballert. Also die Taui Plus reicht morgen fürs Essen und der Rest muss jetzt entweder auf 20k hoch oder weg. So, jetzt fahren wir mehr Weihild. Ach, das bleibt? Äh, oder? Da gibt's noch ein Weihild. Oh, hinten, aber es ist zu weit hinten. Aber das bleibt nicht? Ist das nur ein Reel? Aber da muss jetzt hinten, das kann auch sein. Ja, ich muss hinten die Scheiße. Fuck. Bald zählt die Spins nicht runter. Ach, nur die zwei in der Mitte? Ach so, jetzt, ja, das ist wie Ding, ja. Ah, fuck. Wie ist wie Iron Bank. Oh, beide? Jetzt aber, komm. Potenzial ist da jetzt. Ich muss bloß hinten jetzt auch. Ah, ist hinten. Okay. Gut gemacht. Genau. Okay, nice. Oh, Potenzial ist jetzt schon da. Holy, come on. Jetzt wird's richtig interessant. Oh, nice, komm. Oh. Wenn er diese Kelche gerettet hätte. What the fuck? Oh, come on. Und jetzt? Nein, 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 nein. Jetzt wird's richtig krass. Jetzt wird's richtig krass. Jetzt wird's richtig krass. Jetzt wird er gerade richtig krass. Und jetzt wird's hier halt Cap, ja. Eieiei. 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 Und beide Boni ist ganz nice in dem Game, ja. Schaut mal davon aus, die scammen richtig. Ich hab richtig viel Luck hier gerade. Neunergsweildreel. Wenn er das zweite dazu macht. Ah, RIP. Einmal haben wir noch. Aber wir haben ja gesagt, wir gehen jetzt bis 20k oder RIP, ja. Darf nichts mehr in den Ressort packen jetzt. Unter 20k. Ja. Scheiße ich das? Nein. Ich bin schon wieder 7k drauf. Ah, nein. Deine Frau hat die Waxin dort. Ich bin schon wieder 7k drauf. Ah, nein. Ich bin schon wieder 6k drauf.